Was ist ein Slumdog? Als Kind machst du dir keine Gedanken darüber. Es spielt keine Rolle, woher du kommst. Du bist Zuhause. Und dieses Zuhause ist der schönste Ort der Welt, egal wie abgefuckt es dort ist. Du kennst nur diesen Ort, an dem deine Familie lebt. Du mit deinen Freunden spielst und deine Sprache sprichst. Du bist ein Kind. Doch hörst du auf eins zu sein, wenn der Krieg anfängt. Slumdog Und die Typenestens für heute. Rückest du auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017